Moins meine Damen und Herren, 2021 ist das letzte Jahr, an dem ich League of Legends kommentieren werde. Und einige haben diesen Schritt bereits predikten können, na, LOL-Trends sind weg, Patch-Notes sind weg und League of Legends als Kommentator bricht nun auch weg. Und damit ihr nicht im Dunkeln steht, habe ich mir gedacht, ich fasse das Ganze so ein bisschen zusammen und beantworte diese Frage, warum? Na, warum denn kein LOL-Cast mehr? Naja, und John hat mir geraten, erstmal damit zu beginnen, warum ich mit LOL begonnen habe. Und die einfachste Antwort ist ganz einfach, ich hatte ein unfassbar großes Redebedürfnis zu dem Spiel. Seit 10 Jahren spiele ich nun League of Legends und ungefähr seit 7, 8 Jahren kommentiere ich den Bums. Das Ganze hat sehr simpel angefangen mit der ESL-Schulmeisterschaft, irgendwann später den Dr. Pepper Cup. Das Ganze auch live auf der Gamescom vor 1000 Jahren, aber mit einer echt großen Bühne für die Zeit. Naja, und irgendwann dann tatsächlich hauptberuflich bei Freaks4U Gaming. Naja, das Ganze waren auch alles wundervolle Jahre und es ist tatsächlich das Einzige, was ich als Beruf nennen kann. In meiner Steuererklärung steht Kommentator. Und die gesamte berufliche Erfahrung will ich natürlich nicht missen. League of Legends oder generell Spiele kommentieren zu dürfen, god damn, das ist mehr als ein Traum. Das ist wirklich, das ist perfekt für mein Leben. Aber irgendwann ändern sich Dinge und damit kommen wir auch zu den Punkten, warum ich das Ganze nicht mehr mache. Der erste Punkt ist, ich war nie wirklich gut. Ihr müsst ja folgendes bedenken. Die meisten haben die Kommentaries mit mir geguckt, weil ich manchmal ein bisschen lustig bin, eine gewisse Ahnung bzw. Reputation habe. Mein ganzer YouTube und Twitch-Kanal hat sich einfach nur um League of Legends gedreht. Mein ganzes Leben hat sich nur um LoL gedreht. Und mit League of Legends und der deutschen Community wurde ich häufig in Verbindung gebracht. Das bedeutet, bei vielen Casts hat schon mein Name ausgereicht, um die Qualität zu heben bzw. den Anspruch der Leute gerecht zu werden. Selbstverständlich hat mich nicht jeder gemocht, das ist klar. Aber für viele war die Verbindung da, da ich natürlich gerade in meiner Anfangszeit unfassbar viel, illegal viel Zeit investiert habe. Das heißt, damals haben wir fünfmal die Woche sechs Stunden gecastet. Was man sich heute nicht mehr ansatzweise vorstellen kann. Naja, und vielleicht werden einige gemerkt haben, dass ich alles ein Stück weit reduziert habe. Und damit fehlt natürlich auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Weil ich habe einfach nicht mehr so viel Ahnung von Game. Naja, und dieser Point war auch noch nie der Selling Point an sich, da ich normalerweise sehr gute Analysten an meine Seite kriege und von denen das Wissen verlangt wird. Ich musste quasi nur laut und lustig sein. Trotzdem war es für mich persönlich sehr wichtig, viel Ahnung über das Spiel zu haben, damit ich natürlich meinen Analysten noch besser dastehen lassen kann. Naja, und dadurch, dass ich nun viel weniger kommentiere, damals gab es ja 85.000 verschiedene Ligen, und mich außerdem noch weniger mit LOL beschäftige und weniger spielen, fehlt mir der Bezug. Ich habe mir quasi selbst das Basiswissen runtergebrochen und ich fühle das Spiel auch nicht mehr. Ihr müsst ja bitte Folgendes bedenken. Wir sind hier, oder die deutsche Szene hat keine gelernten Kommentatoren oder Moderatoren. Wir sind alles irgendwelche LOL-Suchtis, die irgendwann gelernt haben, halbwegs ordentlich zu reden und haben quasi unser Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, offensichtlich sind wir nicht vom Fach, sondern wir haben das Spiel gelebt. Und viele von uns leben es nach wie vor. Das heißt, Personen wie Johnny und Tolkien, die casten ja nicht wie Moderatoren oder Kommentatoren, die casten mit dem Herzen. Und dieser Punkt ist bei mir nun deutlich abgeschwächt über die Jahre. Was mich natürlich dann selbst auch unzufrieden macht, weil ich das Gefühl habe, so wie ich als Kommentator gehypt wurde oder teilweise noch werde, bin ich gar nicht. Ich bin gar nicht gut. Zumal noch andere Dinge hinzukommen, dass mein Commentary-See auch von vielen Wortwiederholungen ähnliches geprägt ist. Na, wenn ich mein Lieblingswort habe wie Giga oder tatsächlich, dann ist das zu häufig da. Und es sind sehr viele technische Fehler einfach dabei, bei meinem Commentary. Viele kriegen das nicht mit, viele interessiert es wahrscheinlich auch nicht, aber mich selber stört es. Und ich selbst habe aber nicht die Zeit und den Willen, aktiv daran zu arbeiten. Ich müsste, um ein guter Kommentator zu sein, mehr kommentieren und mehr arbeiten. Und das mache ich nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das sind Events und Corona. Das heißt, ich habe mir schon länger die Frage gestellt, okay, wie lange werde ich mich noch mit Loi beschäftigen? Wie lange werde ich noch Kommentator sein? Und Corona war nun mal der absolute Sargnagel. Das heißt, das Kommentieren an sich in der Woche war meistens sehr Hobby-lastig. Viele von uns sind ganz einfach Influencer oder Streamer und dann kommentieren wir zusätzlich Loll. Nur wenige bei Freaks sind festangestellt als Kommentator. Die Elite-Garte betreibt es aber tatsächlich als Hobby. Die einzige Transition, die erfolgt, war auf sogenannten Events. Das bedeutet damals die ESL-Meisterschaft, die Weltmeisterschaft, The Main, The Main 2, Spandau-Inferno-Finale. All diese übelst geilen Events haben dazu geführt, dass wir wirklich ultra-professionell aufgetreten sind. Natürlich waren wir da noch witzig und haben unseren Charme behalten. Aber das war der Moment, für den wir Wochen, Monate lang, immer, jedes Jahr gearbeitet haben. Die ganzen Meisterschaften und Ligen zu casten galt ja quasi als Vorarbeit darauf, dass man im Finale kommentieren durfte, vor der Crowd, vor den Leuten. Das war schon gestörterweise immer die Hauptmotivation. Wir wussten es nur nicht. Wir wussten es wahrscheinlich unterbewusst ab dem Moment, ab dem wir live vor euch standen. Das war und ist immer das krasseste von allen gewesen. Mit dem Höhepunkt natürlich 2015 The Main, wo wir unser eigenes Event gemacht haben. Das war nach wie vor das beste berufliche Ereignis, was ich hatte. Es ist das Beste. Und was darauf folgt, kann natürlich auch schön sein. Auch Hamburg, wo wir die LCS sogar kommentieren durften, vor einem deutschen Publikum. Vor allem, wenn ich die ganze Halle beschallt. Aber wir waren vor Ort. War auch eines der sickesten Moments meiner beruflichen Karriere. Und all diese Dinge wurden genommen. Und das ist, ich hätte nie gedacht, dass es so viel Schaden macht. Und tatsächlich ist es auch ein großes Problem, weil es unprofessionell von mir ist, mich auf diesen Hype eines Events zu fokussieren und zu verlassen. Ich arbeite für dieses Event und bin dadurch natürlich nicht in der Lage, offline so viel Hype zu erzeugen wie vor einer Crowd. Also ich bemühe mich. Und ich denke, man konnte sich die letzten und vorletzten Words geben. Aber ganz ehrlich, in einem Studio zu kommentieren, im Vergleich zu einer Bühne, mit euch, vor euch, Alter, das ist so anders. Es ist so bad. Es ist einfach bad. Und wie gesagt, man kann es jetzt als unprofessionell hinstellen. Aber ich persönlich habe genau für dieses Ziel immer gearbeitet. Ich habe es wahrscheinlich lange nicht gewusst. Aber der Zukunftsmaxim weiß ganz genau, wie der Vergangenheitsmaxim gedacht hat. Oder wie er nicht gedacht hat. Und ganz ehrlich, die Events waren die Belohnung. Das war die Belohnung für die harte Arbeit zuvor. Für diese unendlich vielen Casts. Und deswegen ist es ja auch heute doppelt schlimm, wenn ich deutlich weniger kommentiere und immer noch diese finalen Momente erhalte. Das ist quasi schon nicht fair den anderen Kommentatoren gegenüber, die sich auch monatelang, wochenlang den Arsch rausgecastet haben. Ja, und Maxim kriegt das Finale. Das ist doch kacke. Da fühle ich mich mega bad, weil ich es mir nicht erarbeitet habe. Naja, und ein anderer Punkt ist natürlich, dass, und das ist auch wieder unprofessionell von mir, aber ich habe halt wenig Hoffnung, noch etwas Neues als Kommentator zu sehen. Das ist ein bisschen weird, weil League of Legends sich die ganze Zeit verändert. Aber das, was ich meine, ist, dass wir einen anderen Gewinner haben. Die Worlds 2019, wo wir The Main 2 veranstaltet haben und G2 in den Himmel gehypt haben und diese dann 3-0 weggeballert werden, vor einer riesigen Crowd, ist schon sehr, sehr traurig gewesen. Und mein persönlicher Traum war es eigentlich quasi schon letztes Jahr aufzuhören, wenn G2 2019 gewonnen hätte und 2020 hätte TSM die Worlds gewonnen. Weil dann hätte ich nämlich, das ist natürlich ein Meme, aber dann hätte ich alles gesehen. Dann hätte ich wieder ein europäisches Team bei den Worlds in Finale kommentieren dürfen. Also als Gewinner wohlgemerkt. Und einmal schafft das NA auch ins Finale und holt den Pott. Das sind quasi für mich die maximalen beruflichen Ziele, die ich haben kann, solche Games zu kommentieren. Und diese Hoffnung ist mir genommen worden. Und da ich natürlich den anderen Regionen, die schon etliche Pokale haben, den Sieg anscheinend nicht gönne, was auch sehr unprofessionell ist, ist dann anscheinend mein Problem. Und mit diesem Problem muss ich eigentlich umgehen, aber ich will es nicht. Ich bin nun mal EU-Biased, das ist einfach so. Auch ich darf als Kommentator ein Fan sein. Naja, und wenn wir schon bei diesen großen Events sind, ist natürlich ein großer Knackpunkt die Familie. Im Prinzip ist das auch das Hauptargument für alles. Ich persönlich fahre gerade so hart runter. Und das ist das Schönste ever. Ich bin in Leipzig, Leute, und ich habe einen Puls von 30. Ich bin wirklich, ich bin so gechillt. Ich bin einfach eine Schildkröder. Und das Leben ist super schön. Ich kann gar nicht mehr daran zurückdenken, dass ich quasi fünf Tage die Woche in Berlin war, super viel gecastet habe und dann am Wochenende noch den ganzen Tag Videos geschnitten habe und dann basically wieder in Berlin war. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die letzten zwei Jahre familiär gebracht haben, dass ich so viel zu Hause war. Es ist insane. Jede Sekunde in Leipzig ist einfach wunderschön. Und die Casts mit den natürlich entsprechenden Wochenenden und sowas haben mir diese Erfahrung auch genommen, muss ich sagen. Ich war durch viele Events natürlich auch oft nicht zu Hause. Was natürlich auch ein Argument dafür ist, weniger zu kommentieren. Denn irgendwann wird man älter und stellt fest, damn, Family Time ist alles. Ist einfach alles. Mittlerweile sind meine beiden Kinder Schulkinder. Und Schule ist holy shit. Ich bin pädagoge. Schule suckt ass. Und da natürlich eine Unterstützung zu bieten und häufiger da zu sein, gerade am Wochenende, ist mehr wert als der ganze Bums davor. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön mein Leben aktuell ist. Ich habe YouTube runtergefahren. Ich caste viel weniger, beziehungsweise nächstes Jahr gar nicht mehr. Und ich habe so viel Zeit. Ich genieße es so, meine Kinder sind jetzt in diesem göttlichen Alter, wo sie alles können, alles lernen, alles lieben. Das ist so nice. Und ich konnte es davor gar nicht genießen, weil Papa immer irgendwie arbeiten muss. Ich habe endlich über Jahre gelernt, abzuschalten. Also wirklich zu chillen und nicht daran zu denken, oh jetzt muss ein Tweet raus, jetzt eine Story, jetzt noch ein Video. Ich habe es noch nicht fertig geschnitten, das muss morgen fertig sein. Ein gewisser Stress ist immer noch da, aber den verlagere ich tatsächlich auf Berlin. Auf diese drei, vier Tage Berlin. Und bin so glücklich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Weil alles weniger ist. Schön. Und der letzte Punkt ist, wir haben in unserer Szene Gott sei Dank epische Alternativen. Das heißt, ich habe sogar das Gefühl, ich hinterlasse gar keine Lücke. Wenn man jetzt nur auf die Play-by-Play-Caster schaut, weil unsere Analysten sind sowieso so Gigabrains, da werdet ihr feststellen, dass es einfach genug da ist. Mori ist ein übelstes Urgestein. Kernus, Leute. Kernus ist so ein guter Kommentator geworden. Ihr habt einfach, also er ist dreimal so hyped wie ich. Und kommentiert einfach Godlike. Und gestern habe ich einen halben Tag Basti zugeschaut. Seine Wortgewandtheit ist sechsmal besser als meine. Vielleicht bin ich ein bisschen lustiger. Aber wie er sich ausdrückt, gerade in den Teamfights nicht tausendmal das Wort Ulti, Ulti, Ulti sagt. Sondern alles übel krass umschreibt. Ihr wisst gar nicht, wie viel das wert ist. Ich meine, einige werden es wissen. Aber ich sage mal so, die Elite-Cast-Garde hat sich auf jeden Fall deutlich vergrößert. Es ist noch nicht mal so, dass ich tatsächlich fehle. Und das macht mich mega glücklich. Ich bin wirklich umgeben von absoluten Tryhards, die wirklich viel Zeit in genau den Job investieren, den sie auszuführen haben. Während ich technisch gesehen wirklich nur Influencer bin und nur Streamer. Ich hole gerade durch das Chillen und durch die Streams und durch die Familienzeit die letzten zehn Jahre nach. Ich habe quasi Dauerurlaub, den ich nie hatte. Und ihr habt quasi trotzdem Content. Gut, schließen wir das Video ab. Diese Weltmeisterschaft, meine Damen und Herren, wird die letzte sein, die ich kommentieren werde. Ich persönlich bin super Hype drauf. Ich gucke die ganze Zeit, wie die anderen kommentieren. Freitag bin ich dran. Na, da darf ich mit Johnny casten. Auch das ist natürlich eine Epic-Kombo. Ich werde nochmal alles geben. Wenn ich nach den Worlds nicht meine Stimme verliere, dann habe ich was falsch gemacht. Und selbstverständlich ist das nicht das endgültige Aus. Ich werde dieses und nächstes Jahr selbstverständlich noch Ersatz sein, falls jemand krank ist. Und nicht zufällig in Berlin sein sollte. Und Special Events, wie zum Beispiel bei Axe Gaming, wo ich die absoluten Random-Bobs kommentiere, wie Johnny und Sola. Das wird natürlich auch der Fall sein. Aber professionelles, regelmäßiges League of Legends casten wird nicht mehr drin sein. Ich schaff's nicht mehr, Leute. Ich schaff's nicht. Ich bin zu schlecht und ich hab zu wenig Zeit. Und ich hab meine Familie einfach zu sehr lieb. Es ist einfach gerade zu schön, so wie es jetzt gerade ist. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Werft nochmal gerne einen Blick in die Beschreibung, sonst sind alle Worlds-Termine aufgelistet. Die Worlds in Europa. Wir reißen nochmal komplett die Bude ab. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein. Und viel Spaß beim Ranked.